Hallo, was geht und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es eine Ankündigung und, was heißt Ankündigung und, ein Aufruf an euch alle, Freunde. Wir wollen in eine Live-Karriere gehen. Auf Twitch soll das Ganze stattfinden. Wer mir noch nicht folgt, sollte das auf jeden Fall tun. Wir gehen rein in eine Live-Karriere und ich brauche eure Hilfe. Leute, ich weiß nämlich nicht, was ich machen soll. Sollen wir eine Creative-Club-Karriere machen oder gehen wir in einen Verein, der existiert rein? Wo könnten wir hier hin? Ihr seht, es gibt einige Ligen, vielleicht nach England, vielleicht von der 4. Englischen Liga nach oben kämpfen oder wir gehen nach Frankreich in die 2. Liga und gucken da, ob wir eventuell Bordeaux wieder zurück in die 1. Liga bringen. Natürlich ist die Eredivise nicht so interessant. Vielleicht Italien, aber da haben wir jetzt schon ein paar Karrieren am Start. Vielleicht nach Portugal oder was gibt es denn hier noch? Nach Spanien, 2. Liga in Spanien, da gab es ja auch schon die ein oder andere geile Karriere. Wir könnten nach Malaga, Villarreal B und so weiter nach Ibiza. Ibiza oder whatever. Wir könnten in die Türkei, USA finde ich nicht so interessant. Also Leute, ich brauche eure Hilfe. Lasst mal gerne in den Kommentaren einfach ein paar Vorschläge da. Liked die auch gerne gegenseitig hoch. Und dann würde ich im nächsten Stream vielleicht, je nachdem wie viel Material da schon da ist und wie viele Follows von euch da auch schon am Start sind, kommen. Dann könnten wir da auch rein starten. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Falls ihr gar keinen Bock darauf habt, dann lasst mich das natürlich gerne auch wissen. Ich hätte natürlich Bock, im Stream mit euch gemeinsam den Verein, der dann hier am Ende bei rumkommt, in hohe Triumfüße zu führen. Falls ihr das gerne habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gebt dem Video auf jeden Fall Kommentare, dass es in den Algorithmus gespült wird und wir eine neue Karriere starten können. Ich bin Aschmar aus. Wir sehen uns hoffentlich im Stream. Zweiter Link in der Videobeschreibung, Freunde. Oder rockzock-yt auf Twitch eingeben. Dann findet ihr meinen Twitch-Kanal auch. Ich bin raus. Ich habe Bock. Wir legen los. Neue Karriere. Neues Glück. Let's go. Wir sehen uns in der Videobeschreibung. regarder das denn�� Zoom. Wie Gefühle Prinz mundz劳 kommen.